Ja, hallo miteinander. Ich will das Sommerloch nutzen, um mal wieder ein paar allgemeine Dinge loszuwehren und ein etwas anderes Schaltungstechnik-Video machen. Es geht auch darum, warum ist der Kanal so wie er ist und warum machen wir hier eine Menge Grundlagenvideos. Denn ich zeige, was passieren kann, wenn man sich darum keinen Kopf macht. Viele bauen ja erstmal Schaltungen nach. Das sollte man aber nicht machen, ohne vorher einen kritischen Blick darauf zu werfen. Herzlich willkommen auf Technik Selbsterlebt. Den Anstoß zu diesem Video gab eine Diskussion in einem Elektronik-Forum, wie sie in ähnlicher Form immer wieder zu lesen ist. Es ging um ein Thema, was schon ziemlich retro ist, eine einfache Lichtorgel. In den 70er und 80er Jahren waren die Zeitschriften voll mit Schaltungsvorschlägen. Vielleicht sollten wir sowas auch mal machen. Aber schauen wir mal rein. Ich habe mal versucht, nach ein paar YouTube-Videos eine ganz einfache 3-Kanal-LED-Lichtorgel mit Paint zu zeichnen. Und das ist das Ergebnis. Mal abgesehen davon, dass hier ein Strom mit 12 Volt angegeben wird, zeigen schon die Kondensatoren in den Emitterleitungen, dass hier nicht das geringste Verständnis dafür da ist, wie ein Transistor überhaupt funktioniert. Dann gab es natürlich eine Menge Kritiken, Vorschläge inklusive einer im Prinzip fertigen Schaltung zu dem Thema. Nach einer langen Diskussion war dann das Einzige, was dann kam, ich werde dann mal meinen alten Schaltband wegschmeißen und das noch einmal versuchen. Und nur wenige Minuten später kam er dann miteinander plötzlich völlig eine andere Idee, auch wieder irgendwo aufgeschnappt, die mit dem Folgen relativ wenig zu tun hat. Und auch da ließ die Kritik nicht lange auf sich warten. Das ist genau die Schaltung, die du nicht bauen solltest. Damit haben schon einige Leute ihr Smartphone gekillt. Ich hatte dazu den Autor angeschrieben und der antwortete sinngemäß, ist mir doch scheißegal. Hauptsache die Klickraten sind gut. Die einzige Reaktion dann, ja ok, na dann. Das eine funktioniert nicht, das andere auch nicht, dann lassen wir es eben. Daran kann man jetzt zwei Dinge sehen. Es ist keine gute Kombination, wenn eine von einem Laien veröffentlichte Schaltung von jemandem nachgebaut wird, der gar keine Ahnung hat. Das kostet im besten Fall Leergeld. Kritisch wird es dann, wenn dabei vielleicht noch mit gefährlichen Spannungen hantiert wird. Auf viele übt es ja eine besondere Faszination aus, wenn es knallt und funkt. Also jetzt nicht falsch verstehen. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand noch nicht alles weiß und fragt. Schließlich wendet sich dieser Kanal auch vorwiegend an Anfänger. Aber in dem Fall war ja nicht mal der Versuch da, sich ernsthaft mit der Materie auseinanderzusetzen. Und das Beispiel zeigt, dass man generell solche Schaltungen kritisch untersuchen sollte. Das geht natürlich nur, wenn man sich auch etwas mit den Grundlagen beschäftigt und zumindest ansatzweise versteht, wie in einer Schaltung funktioniert. Auch das, was ihr hier seht, solltet ihr nicht ohne nachzudenken einfach übernehmen. Auch mir passieren Fehler. Ich mache sie allerdings nicht absichtlich und versuche sie dann auch zu korrigieren. Auch was in Büchern und Zeitschriften zu finden ist, kann simple Druckfehler enthalten. Dass selbst erfahrene Amateure Fehler nicht immer gleich entdecken, will ich an einem Beispiel zeigen, an dem ihr euch mal selbst testen könnt. Es ist ein altes Preiswitzel aus dem Jahr 1965. Dabei geht es um eine einfache Schaltung von einem Detektorempfänger mit Transistorverstärker, in die absichtlich Fehler eingebaut wurden. Da das Beispiel etwas aus der Zeit gefallen ist, drücke ich bei einem Fehler die Augen zu, da die Halbleiter aus der Zeit kaum noch jemand kennen wird. Damals kannten die meisten die Transistoren aus dem FF. So viele Typen gab es ja noch nicht. Wer trotzdem versuchen will, alles zu finden, für den verlinke ich in der Videobeschreibung die Transistordaten. Versucht es einfach erst mal selbst, bevor wir uns die Auflösung ansehen. Ein Ergebnis kann ich schon vorweg nehmen. Die Redaktion rechnete damit, dass etwa die Hälfte der Teilnehmer die Aufgabe lösen können. Es gab 270 gültige Zuschriften und gerade mal zehn Teilnehmer haben alle Fehler richtig gefunden. Manche vermuteten Fehler auch dort, wo gar keine waren. Es geht nicht darum, die Schaltung zu verbessern oder zu optimieren oder ob etwas ungewöhnlich gelöst ist. Es geht nur um echte Fehler. Also ich verrate schon mal so viel, es waren insgesamt sechs Fehler zu finden. Wer noch nicht alle hat, der bekommt jetzt noch mal kurz Zeit zu suchen. Vorher will ich nämlich noch ein paar zusätzliche Bemerkungen zum Nachbauen von Schaltungen machen. Die kritische Betrachtung beschränkt sich ja nicht nur auf die Fehlersuche. Als erstes muss man vielleicht zwischen verschiedenen Schaltungsvarianten aussuchen. Welche Schaltung hat das beste Aufwand-Nutzen-Verhältnis, ist mit den vorhandenen Mitteln am einfachsten aufzubauen und ist für die Anwendung am besten geeignet. Besonders bei älteren oder ausländischen Schaltungen steht die Frage, sind die verwendeten Bauelemente verfügbar und kann man sie eventuell gegen andere austauschen, die man vielleicht sogar schon zu Hause hat und nicht erst beschaffen muss. Spätestens da muss einem wieder klar sein, welche Funktionen die einzelnen Bauelemente in der Schaltung haben. Eigentlich wäre das ein Thema für ein gesondertes Video. Ich will nur ein paar Denkanstöße geben, auf was man da vielleicht achten muss. Nehmen wir mal eine einfache Diode. Dass die Austauschdiode mindestens den gleichen Strom und die gleiche Sperrspannung aushalten muss, daran denken die meisten noch und in vielen Fällen reicht das. Wenn es aber auf niedrige Schaltzeiten und geringe Flussspannung ankommt, kann man zum Beispiel eine Schottky-Diode nicht durch eine beliebige Wald- und Wiesendiode ersetzen. Bei Transistoren ist es ähnlich. Auch hier gibt es je nach Anwendung Anforderungen über Strom, Spannung und Verlustleistung hinaus, die wichtig sein können, wie die Grenzfrequenz oder Stromverstärkung, die meist in den Schaltungen nicht angegeben ist. Selbst bei passiven Bauelementen muss man aufpassen. Vielleicht wurde wegen des geringeren Reststroms bewusst ein Tantal-Elektrolytkondensator gewählt. Widerstände können nach geringem Rauschen oder hoher Temperaturstabilität ausgesucht sein. In der Industrie wird das wohl eher nicht passieren, aber Amateurschaltungen können auch überdimensioniert sein. Ich mache das ja auch so, dass ich erstmal das verwende, was ich habe. Vielleicht ist gar nicht so ein Transistor nötig, sondern der tut's auch. Ohne Schaltungsanalyse und ein bisschen Rechnen kommt man nicht drauf. Manchmal werden Bauelemente auch etwas ungewöhnlich eingesetzt. Beispielsweise lässt sich eine LED anstelle einer Z-Diode zur Stabilisierung kleiner Spannungen einsetzen. Tauscht man die gegen eine andere Lichtfarbe aus, ändert sich auch die Flussspannung. Also um böse Überraschungen zu vermeiden, sollte man sich schon etwas damit beschäftigen, bevor man einfach irgendwas nachbaut. So kommen wir wieder zurück zu unserem Preisrätsel. Inzwischen dürften ja alle die Fehler gefunden haben. Beginnen wir mit dem, was meiner Meinung nach am offensichtlichsten ist und dazu gehen wir mitten rein in die Schaltung zu diesem Verbindungspunkt. Der macht gar keinen Sinn, denn offensichtlich wird dadurch der Eingang der Endstufe kurz geschlossen. Wofür ist eigentlich der 50-Mikrofahrrad-Kondensator da? Er setzt zusammen mit dem 6000 Ohm Widerstand die Betriebsspannung für die Vorstufen nochmal herab und puffert sie, beziehungsweise beim Netzbetrieb würde die Spannung aus dem Netzteil nochmal geglättet, damit ein eventuell vorhandener Restproben nicht in der Vorstufe verstärkt wird. Der Kondensator liegt also zwischen Betriebsspannung und Masse und deshalb muss diese Verbindung natürlich weg. Die gehört hierhin. Ohne diese Verbindung würde der Transistor 2 gar keinen Basisstrom bekommen. Auch der zweite Fehler sticht eigentlich gleich ins Auge. Der Ausgangsübertrager ist ja der Arbeitswiderstand für die Endstufe. Deshalb gehört da natürlich der Kollektor hin und nicht der Emitter. Der liegt an Masse. Gehen wir nochmal zur zweiten Stufe. Offensichtlich ist sie eh nicht aufgebaut wie die erste. Allerdings ist der Kollektorwiderstand mit 10 Megaohm recht hoch angesetzt und größer als der Basiswiderstand. Das ist natürlich auch ein Druckfehler. Auch der zweite Kollektorwiderstand hat nur 10 Kiloohm. Dabei fällt vielleicht noch auf, dass hier ein anderer Transistor verwendet wird. Wenn man in den Transistordaten nachsieht, stellt man fest, dass der OC835 ein 4 Watt Leistungstransistor ist. Der gehört wenn überhaupt allenfalls in die Endstufe, aber nicht hierher. Die Stromverstärkung ist viel zu klein und der Reststrom sehr hoch. Stutzig sollte man auch werden bei der Betriebsspannung von 60 Volt. Das ist nicht nur ungewöhnlich, sondern für die Transistoren viel zu viel, die nur 20 Volt Kollektor-Emitterspannung vertragen. Richtig wäre hier gewesen 6 Volt. Fehlt noch ein Fehler. Mal sehen wer den gefunden hat. Der Koppelkondensator der ersten Stufe liegt mit dem Minuspol über den 10 Kiloohm Widerstand an Masse und mit der anderen Seite über Basis- und Kollektorwiderstand an Betriebsspannung. Die ist aber negativ und damit ist der Kondensator falsch gepolt. Das waren jetzt alles Fehler, wie man sie als Druckfehler immer wieder findet, wenn auch nicht unbedingt alle in einer Schaltung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie viele Fehler ihr ohne zu schummeln gefunden habt. Fälschlicherweise als Fehler erkannt wurde die offene Mittelanzapfung am Ausgangsübertrager. Hier wurde einfach ein handelsüblicher Übertrager benutzt, der für eine Gegentakt-Einstufe gemacht wurde. Beim Klasse A Verstärker braucht man primär nur eine Wicklung. Ungewöhnlich, aber auch kein Fehler, ist die Verbindung der Erde mit der Betriebsspannungsleitung statt mit der Masse. Für die Hochfrequenz oder Wechselspannung Allgemein ist das aber das Gleiche, da beide Leitungen über die große Kapazität der Spannungsquelle miteinander verbunden sind. Nochmal zurück zum Ausgangspunkt. Je einfacher die Schaltung, desto mehr Interessenten gibt es. Keiner streitet ab, dass die sogenannte Musik-LED funktionieren kann. Es gibt aber keinen Schutz davor, dass bei Verdrahtungs- oder Baulimettefehlern die volle Betriebsspannung auf den Ausgang der Audioquelle gelangt. Ehrlicherweise sollte man auf solche Risiken hinweisen. Also nicht von der Einfachheit einer Lösung blenden lassen. Hier noch ein Beispiel. Dieser einfache Transverter erzeugt mit wenigen Mitteln sehr hohe Spannung. Als Trafo wird meist ein normaler Netztrafo oder Lautsprecherübertrager genommen, um sich das Wickeln eines Trafos zu sparen. Auch das funktioniert im Prinzip. Man muss sich aber auch nicht wundern, wenn es Überschläge direkt am oder sogar im Trafo gibt, denn die sind nicht für so hohe Spannung vorgesehen. Ein weiteres Problem ist, dass Schaltungen von anderen Hobbybastlern oft nur durch Probieren gefunden wurden und nur durch Zufall und wenn auch nur recht unzuverlässig funktionieren. Fachzeitschriften veröffentlichen solche Erfindungen meist ohne sie bis ins letzte Detail prüfen zu können. Hier ein Beispiel für einen Zeitschalter, der laut Beschreibung theoretisch Verzögerungen von mehreren Tagen erreichen soll. Er besteht im Prinzip aus einem Schmidt Trigger mit vorgesetztem hochohmigen Transistor. Bei entladenem Kondensator ist der MOSFET leitend. T2 sperrt, T3 leitet und das Relais ist angezogen. Mit dem Taster wird der Kondensator negativ geladen. Der MOSFET sperrt und das Relais fällt ab. Wie lange der Zustand so bleibt, hängt davon ab, wie lange es dauert, bis sich der Kondensator wieder weit genug entladen hat. Es gibt aber keinen definierten Entladewiderstand. Die Entladung erfolgt über den Isolationswiderstand des Kondensators und der angeschlossenen Leitung und Bauelemente. Die erreichbaren Zeiten sind also vom Aufbau abhängig und nicht reproduzierbar, mit anderen Worten Zufall. Etwas merkwürdig ist auch die Glimmlampe am Gate des Eingangstransistors. Laut Text soll sie auf geringe Zündspannung, etwa 60 Volt, ausgesucht werden und das Gate vor zu hohen Spannungen schützen, da der verwendete Typ noch keine Gate-Schutzdiode hatte. Allerdings reichen schon unter Umständen Spannungen über 15 Volt, um den MOSFET zu zerstören. Die Glimmlampe ist also im Prinzip sinnlos. Hier eine Schaltung für einen LED-Blitzer. Auf den ersten Blick ähnelt sie einer bekannten Komplementär-Blink-Schaltung. Ungewöhnlich ist hier der Widerstand R2. Durch den Spannungsteiler mit R1 bekommt die Basis von Transistor 1 nur etwa 45 Millivolt, was nicht reicht, um T1 leitend zu machen. Dass die Schaltung überhaupt anschwingt, ist wahrscheinlich dem Kollektor Reststrom zu verdanken. T1 und T2 sind nämlich Germanium-Transistoren. Hier wird eine Unzulänglichkeit der Bauelemente in die Schaltungsfunktion mit einbezogen. Nachbausicher ist die Schaltung mit Sicherheit nicht. Ein Aufbau mit Silizium-Transistoren wird nicht funktionieren. Ungewöhnlich ist auch, dass die LED ohne Vorwiderstand läuft. Dazu soll anscheinend R5 dienen, der den Stromfluss begrenzt. Beim Einschalten entlädt sich aber jedes Mal der voll aufgeladenen Kondensator C2 über die LED. Das soll wahrscheinlich besonders intensive Lichtblitze erzeugen, wirkt sich aber mit Sicherheit negativ auf die Lebensdauer der LED aus. Und noch ein Beispiel aus einer französischen Zeitschrift. Vorgestellt wird ein Durchgangsprüfer für empfindliche Schaltungen, der den Prüfling möglichst gering belasten soll. Damit soll man zum Beispiel problemlos PN-Übergänge von Dioden und Transistoren prüfen können. Wörtlich heißt es dazu, damit kann auch kein noch so empfindlicher PN-Übergang beschädigt werden. Tatsächlich fließt über den Prüfling, der an den Klemmen A und B angeschlossen wird, nicht mehr als 10mA und die Spannung ist auf 0,15V begrenzt. Zu dumm, dass 0,15V gar nicht ausreichen, um einen PN-Übergang überhaupt leitend zu machen. Je nach Halbleiter braucht man dafür 0,3 bis 0,7V. Das Testgerät wird also bei einem PN-Übergang nie Durchgang anzeigen. Für den empfohlenen Einsatz als Halbleiterprüfgerät ist die Schaltung völlig ungeeignet. Ich denke, die Liste der Beispiele ließe sich noch ziemlich lange fortsetzen. Vielleicht seht ihr euch Schaltungen in Zukunft etwas genauer an und übernehmt nicht bedenkenlos alles, was ihr seht. Gerade hier auf YouTube kann man mit Videos natürlich auch tricksen. Das mache ich zwar nicht, alle Schaltungen, die ich hier vorgeführt habe, haben auch genau so funktioniert. Trotzdem solltet ihr die Augen offen halten. Es gibt leider kein Patentrezept, wie man Fehler findet. Es hilft nur, sich weiterzubilden. Das soll es für heute gewesen sein. An alle, die es bis hierher ausgehalten haben, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.